Der Dämpfer. Gut, ja ja, mir geht's wohl nicht schlecht. Nice, nice, nice. Also, dass es dir wieder besser geht, meine ich. Nicht, dass du bist gar möglich. Ich bin froh, dass ich nur noch morgen und dann eine Woche frei habe. Ja, das ist mir so nicht froh. Ich habe genug Angst zu gamen. Ja, das finde ich auch so cool, dass wir die guten Sachen immer wieder rausnehmen. Das muss man natürlich schon machen. Das ist wichtig und richtig. Ich. Wo ist da der Willi-Sauberring? Ja. 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 Ich möchte eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maßen. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt... Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Frag den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Ich bin der Karte im Hintergrund. Ich weiß nicht, was ich nicht in der Karte erwähnt. Ich weiß nicht, was ich nicht in der Karte. Jetzt ist ein Kopf, durch den Karte. Ich weiß nicht, was ich nicht in der Karte. Ich weiß nicht, was ich nicht in der Karte. Was? Was hat sie? Aha, nicht wegen der... ...weil sie schwanger ist. Das ist mehr am Morgen. Das geht schon wieder vor. Das ist der Drei Wegequell. Doch wo ist die Spelonke? Stark. Ist es jetzt eine Essiggurke und... Also jedes muss ich nicht kennen. Ich bin jetzt zu Essen bezogen. Ja, aber wir sind jetzt einfach alles auf, was ich auch jetzt die ganze Bisse und so. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht dick und schwanger. Das mache ich aber auch so ein bisschen. Das ist also nicht neben dir. Ja, wie ist das? Also da kommt so ein Enttäuschung wieder durch. Ich bin jetzt noch geheissen in guten Zeiten wie auch in schlechten Zeiten. Das ist aber eigentlich wegen dieser Verkältung oder was auch immer es ist auch mal beim Normaldochter. Ich bin jetzt nicht wegen Corona, sondern wegen sonst. Oder wenn du irgendwie eine normale Grippe hättest. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Das sind Sachen, die Hosen können klindern in diesem Sinn. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So. Ja, ja, ja. oh Er hat 6 Meetings gehabt. Das muss die Spelunke sein. Es ist so müh, ich hasse es. Ähm... Zwischendurch muss ich anderen Teams aushelfen. Und sonst... Die Fragen von meinem Chefblatt sollten beantworten. Reklamationen der Kunden. Die Probleme der Mitarbeiter. So etwas Mädchen für alle. Aber das ist überhaupt nicht meins. Lauf! Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Okay. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Sie haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Meine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai! Kommt heraus! Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein. Aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte. Oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht noch mal. Tätet ihn! Wahnsinn! Ich frage nicht noch mal. Einer der drei muss die Karte haben. Hier ist sie. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Nur das Beste für euch. Danke. Danke. Ich freue mich schon auf die Karte von eurem Haus. Mein Herr, bitte. Ich habe eine Nachricht für euch. So. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch. Dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich da raus. Danke, Fürst Sakai. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.